Also, neuer Schmexy Sexy Run in 3, 2, 1, go! Uh, jetzt sind wir schnell durch gewesen. Ich hoffe, wir bekommen jetzt natürlich auch den guten Hammer des Rechts. Würdet ihr den so nennen? Wie nennt man so'n Hammer? Ich nehm, ich glaub, ich nehm das jetzt einfach so mit. Aber ich muss gar nichts halten. Was ich, glaub ich, versuche, ist mal hier oben, äh, bis da drüben zu springen. Also von, ich glaub, hier aus. Wow! Das hab ich noch nie hinbekommen. Ich hab's auch nie versucht, bin ich ehrlich. Krass, dass das geht. Damit spart man sich schon deutlich Zeit. Lauf, Baby! Herr Anwalt! Oh, diesem Supermodus braucht halt einfach zwei Schläge für alle. Ist das dope! Ich glaub, ich muss mal anfangen, äh, diese guten, geilen Sprünge zu machen. Die sind sehr wichtig. So was hier zum Beispiel. Spaß, deutlich Zeit. Ich check's noch nicht manchmal. Also ich weiß echt nicht, wie ich die mache. Also wenn mich einer fragt, wie geht der? I don't know, manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Ah! Kobold, Digga. So, jetzt kommt hier einer draus. Kommt die Ballerina. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Den haben wir vorhin nicht hinbekommen. Ich glaub, der war wichtig. Auch weil wir dann nicht mit der Ballerina gekämpft haben. Das sind wichtige Sekunden. Boah! Digga, wo war ich gerade? Ich hab irgendwie geträumt, aber trotzdem nicht getroffen. Sehr geile Zeit. Ja? Ja? Oh, nein. Nein! Yes, sir! wichtig lauf lauf der boden wir sind oben und herr vom hattenwagen diese lache kritische hase zwei level noch der boden ist glatt der hund ist glatt der boden oben durfte man natürlich auch nicht können egal ist es zu viel für mein herz der boden ist glatt ne man in drei sekunden weiß ich nicht aber wieso switch die musik nicht ist es die normale musik in dem level passt hier überhaupt nicht oh mein gott du packst das du packst das also wir sind jetzt nicht mehr fünfter auf gar keinen fall aber den haben wir den haben wir so safe jetzt und scheiße unter sieben sekunden wäre so krank gewesen er sieben sekunden unter sieben minuten wir werden auch wir werden ich glaube scheiße da waren wir ein bisschen zu gierig gierig war es zwei leben noch ich weiß nicht wieso ich diesen sprung hier nicht hinbekommen er ist so hart vielleicht gibt es auch einen richtigen winkel ohne b dass ich einfach quasi springer ja wieso mache ich es nicht gleich so ah schade sieben minuten vegan digga nur noch am verkacken nach wirklich sieben minuten so ein pain so ein pain zu und das